Papa, freust du dich schon? Ja, du? Ja. Was hast du? Was hast du? 5,30 Euro. Und bevor wir Schlitzschuh laufen, stärke ich mich erst mal mit einer Bratwurst im Mantell. Yum, yum. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Und die Teile da, die sind definitiv cooler als wir in Nürnberg, da kann man sich sogar draufsetzen! Was sagst du dazu, die kleinen Dinge da? Die sind super cool! Die sind cool, ne? Eben so, die Leonie verschließt die Fläche wieder, wir müssen nämlich kurz runter. Jetzt wird die Eisfläche gereinigt und dann geht's wieder... Und sauberes, strahlendes Eis! Glatt wie Sau! Da geht was! Gleich sind wir wieder on ice! Also, bis gleich! Das ist die Zwischenmahlzeit von der Leonie! Das ist die Zwischenmahl! 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 Das sind die Zwischenmahls! Ich bin dran, ich gebe dir einen Vorsprung bis zur Hälfte. Also, los! Da ist sie. Hier fahren wir die normale Runde, dass sie ein bisschen Zeit hat. Sollen wir sie wieder an? Dann werde ich mal suchen. Ah, wir haben sie entdeckt. Wir machen uns auch mit. Vor uns ist sie. Dann schauen wir mal, ich habe Angst, dass meine Leute, bis sie mich haben. Bist du Zwiebeln dabei? Nein! Nein! Ah, sucka! Skills, Baby! Skills, Baby! Skills! Guter Fan! Das war ein weiterer Tag mit den Dornsens. Heute beim Schlittschuhlaufen. Und das geile und unglaubliche hier in Hassport Kammerstow war, obwohl Winter ist, den Schwimmbad, den Schwimmbad gehen! Alter Schwedl! Das ist ja mal krass! So! Ja! Soll die Rüge verabschieden wir uns jetzt nicht? Tschüss! ... ... ... ... ... ... ...